Herzlich willkommen auf fachwirt-blog.de. Welche Aufgaben hat die Unternehmensplanung? Für die Unternehmensleitung ist eine gute Unternehmensplanung wichtig, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Je näher die Planungen an der Realität sind, desto mehr trägt der Plan auch zum Erfolg eines Unternehmens bei. Damit eine realitätsnahe Unternehmensplanung durchgeführt werden kann, ist es wichtig, dass man sich einen Überblick verschafft und die großen Problemfelder mit einfließen lässt. Das können zum Beispiel die folgenden Punkte sein. Schafft es das Unternehmen, alle produzierten Waren zu verkaufen? Oder kann das Unternehmen seine wichtigsten Dienstleistungen erfolgreich an Mark anbieten? Wie stellt sich die Konkurrenz auf? Wenn das Unternehmen auf Rohstoffe angewiesen ist, wie sicher sind dann die Bezugsquellen? Hat das Unternehmen das notwendige Personal, um immer reagieren zu können? Ist die Finanzierung des Unternehmens gesichert? Ein Unternehmensplan besteht in der Regel aus mehreren Teilen. Das können zum Beispiel sein der Ertragsplan, welcher eine hohe Wirtschaftlichkeit für die Unternehmenswerte erreichen möchte, der Absatzplan, welcher sich auf eine hohe Produktivität konzentriert und die Menge beobachtet, der Einnahmeplan, welcher eine gute Liquidität des Unternehmens sicherstellen möchte. Weitere Informationen rund um die Weiterbildung zum Fachwirt und rund um die Prüfungsvorbereitung finden Sie hier im Kanal und auf fachwirt-blog.de Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.